UNTERTITELUNG Weißt du, was am Werk ist? Am Werk ist was Großes. Etwas, das bleibt. Am Werk ist ein Weckruf. Ich versuch, wenigstens den richtigen Weg zu finden. Der einzige Weg geht am Arschwappe. Es fehlt nur noch ein Kapitel. Und es wird gerade geschrieben. Er ist ein Gespenst. Er hinterlässt keine Sprung. Ich hab Angst. Angst um unsere Werte. Unser Land, unseren Boden. Unsere Kinder. Was willst du? Aufgeben gibt's nicht. Also reiß dich zusammen. Ey, ich brauch dich. Henning! Henning! Soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Wir sehen uns von uns! Wir sehen uns. Fasch. Wir sehen uns. Wir sehen uns! Wir sehen uns. Wir sehen uns! Vielen Dank.